und moin leute was geht hier ist wieder der geist heute in diesem video möchte ich euch zeigen wie die geheime mission für die zwerge in dem ihr alle 5 teleskope richten müsst lösen könnt so und zwar landen wir hierfür bei worldpay monks in der nähe von dem freistehenden haus wo auch die angriffspläne waren ich springe ab und zeige jetzt alle locations ich habe bereits vier teleskope gerichtet daher werden die teleskope wahrscheinlich angezeigt aber ihr müsst einfach zu den spots dort könnt ihr sie dann richten spot nummer eins ist hier beim freistehenden haus so dann landen wir mal hier an diesem baumstamm zeige ich euch mal auf der karte damit ihr wisst von wo ihr startet das könnt ihr in einem durchgang machen genau hier auf dieser markierung leute wenn ihr den habt dann lauft ihr einfach hoch und hab schon den zweiten teleskop hier vorne so leute wenn ihr diesen zweiten teleskop läuft noch ein stück geradeaus dann sind wir schon den dritten zwerg ich würde euch empfehlen macht das bei gruppenkeile bei gruppenkeile ist das viel einfacher werdet ihr von keinen gegnern genervt falls doch könnt einfach wieder hinfliegen so läuft einfach weiter geradeaus dann habt ihr hier den vierten teleskop wenn ihr dann hier seid lauft ihr noch ein stück geradeaus richtung brücke links am baum ist der nächste teleskop der fünfte so leute den richtig richtig dann also das müsste bei den anderen teleskopen wo ich war bei den locations wo ich so aussehen falls ihr das noch nicht gerichtet habt wie gesagt ich hatte schon alle vier gerichtet bis auf den darum sada hat man das bei mir nicht gesehen ihr richtet einfach den teleskop und so fünf von fünf fertig falls euch das video gefallen hat leute lasst doch ein like da ein aber wenn ich schlecht und ansonsten sehen wir uns beim nächsten video macht's gut